Jetzt nicht mehr. Aber nicht wegen denen da. So, beim nächsten Song können alle mitmachen. Ich weiß nicht, ob ich textsicher bin. Ich hab seit drei, vier Monaten irgendwie nicht mehr gespielt. Da können ja alle, wenn die Mundharmoniker kommt, Tatütata machen. Probieren wir mal. Tatütata. Gut. Wir sind alle Terroristen, weil wir existieren. Das macht uns schon verdächtig und man will uns kontrollieren. Wir halten uns ganz ehrlich für ganz gemeingefährlich. Herr Krause, von nebenan, dem ist es schon passiert? Er hat mit einer süßen Wur zu heiß telefoniert. Er nannte die Granate, da rauscht es in der Leitung. Und am nächsten Morgen, da steht er in der Zeitung. Jetzt weiß man, was er ist, ein ganz gemeiner Terrorist. Dann haben sie ihn abgeholt, um ihn zu verhören. Er gab sich alle Mühe, um es ihnen zu erklären. Er sagte, Leute, Mensch, das war nur Sex am Telefon. Wegen solcher in aller Farbe, da kommt ihr Jungs gleich schon. Wir sind alle Terroristen, weil wir existieren. Das macht uns schon verdächtig und man will uns kontrollieren. Wir sammeln unsere Daten. Wir kreisen Psychopathen. Dann haben sie ihn eingesperrt, er kam in die Forensik. Sie klopfen ihn mit Sinnen vor, denn er war widerspenstig. Das macht uns schon verdächtig und man will uns kontrollieren. Wir sammeln unsere Daten. Wir sind alle Terroristen, doch wenn wir uns verbünden, dann bilden wir die Mehrheit. Und das wird uns schon verdächtig und wir stecken sie daran.